Komm, wir gehen nach Bethlehem. Sie wollen uns dort sehen. Sie wollen uns zählen. Eins, zwei, drei. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Sie wollen uns dort sehen. Sie wollen uns zählen. Eins, zwei, drei. Die Reise ist lang. Der Bauch ist dick. Der Esel schnauft. Er macht es nicht mehr lange mit. Dann können alle Kinder ganz laut schnaufen. Dann geht es langsamer weiter, weil der Esel ist ja ziemlich am Limit. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Sie wollen uns dort sehen. Und so weiter. Und dann kommt der Vers. Der geht ein bisschen anders. Liebes Tier. Futter geb ich dir. Ich streichel dich. Lass uns bitte nicht im Stich. Ja. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Sie wollen uns dort sehen. Sie wollen uns zählen. Eins, zwei, drei. Dann geht es noch richtig schnell. Und dann geht es. Die Reise ist lang. Der Bauch ist dick. Der Esel schnauft. Doch er ist jetzt wieder fett. Die Reise ist lang. Der Bauch ist dick. Der Esel schnauft. Doch er ist jetzt wieder fett.